Ich habe gesehen, dass das Studio eröffnet hat und habe vorher da viel schon drüber gehört, gelesen und hatte auch mal eine Reha mit dem Plate. Das hat mir sehr gut gefallen und ich wollte es einfach mal ausprobieren und ja, bin sozusagen hängen geblieben. Ich merke halt diese Kombination, auch dieses Plate mit dem Krafttraining, dass der Körper schon durchaus straffer geworden ist. Die Muskeln haben sich merklich aufgebaut. Ich kann es sehr schnell einbauen in meinen beruflichen Alltag. Das finde ich sehr passend. Ich finde die Trainer alle durchweg sehr charmant, sehr positiv und sehr motivierend. Die Kombination mit Personal Training angeleitet gefällt mir sehr gut.